Bei dieser Route denke ich mir übrigens immer, jedes Mal, wer hat eigentlich diese Zäune so aufgestellt? Malte? Na stimmt, Malte ist auf dieser Route. Würde Sinn machen. Schönheits Silvia mit einem Pipi. Jetzt finde ich es direkt schade, dass das Ding jetzt noch keinen Feentyp hat. Sonst könnte ich es jetzt mit einer Säure effektiv treffen. Ich wusste gerade an unsere, an die Unterhaltung mit John Marcy denken, den Pokémon ab 18, der Säure. Dann hat das, wenn du Säure auf Pipi einsetzen hast, hat das was von so einem Schmelz oder einem Gummiball. Ja, jetzt hätte ich eigentlich Fight mal reinschmeißen können. Tja, gut. Dirkie darf jetzt auch erstmal wieder. Wobei, Dirkie kriegt jetzt demnächst noch ein paar Gelegenheiten, weil gerade oben auf der Schweigebrücke gibt es einen Haufen Angler. Nachdem ich jetzt nicht weiß, wie viel von der Viertelstunde schon um ist, würde ich mal sagen, wir machen jetzt einfach mal eine ganz, ganz kurze Pause und machen nachher gleich weiter. Ich halte die Aufnahme hier jetzt einfach mal an. Okay. So, da sind wir wieder. Ich war in der Zwischenzeit Mittagessen und wir machen hier jetzt einfach weiter. Mit dieser Picknikerin. Picknikerin Tabitha, die heißt genauso wie mein Monk. Tabitha. Müssen wir bloß aufpassen, dass ihr den Tabithank nicht auspackt. Tja, zwei Quapsel und das war's. Denk dran, Quapsel sind die beste Verstärkung, die du haben kannst. Ja, ja. Ich weiß. Moment mal, da müsste ich hier vielleicht mal. Ja. So, hier haben wir nächste Picknikerin, schauen wir einfach mal, was die hat. Ein Taubsee. Level 27, das werde ich wahrscheinlich nicht ganz one-hitten können, aber... Okay, macht eh nur einen Ruckzuck-Keep. Okay. Und dann ist die Okie zumindest auch schon mal wieder Level 34. So. Dann machen wir jetzt mit dem Fight weiter. Der kriegt die meisten Flug-Pokémon ja zum Glück auch noch einigermaßen gut verkloppt. Okay, beim Taubburger bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob er das noch schafft. Das ist mir jetzt einfach ein bisschen zu riskant. Vor allem, weil der Gute nicht die beste Verteidigung hat. Dann gibt's jetzt lieber, äh, ja, gegrillte Taube. Der Gute, der Taube, ist länger. Kommt schon, ist Level 36. 101 Angriff hat der jetzt schon. Obwohl, nee, das war keine Taube. Das war, ich glaube, Wachtel. Wachtel ist länger. Feuerwehrblüster jetzt noch nicht ganz so gut, wie er es später mal wird, aber... Wer weiß, wofür wir den mal brauchen können. Mauzi. So, die Hilde haben wir auch besiegt. Das schaut mir noch nach einem Vogelfinger aus, da unten. Ja. Ich weiß, wenn man Fight nach vorne nimmt, hofft, dass der nicht irgendwie sowas wie ein Taubburger oder Ibiza-Cut. Weil da müsste ich raus. Okay, der hat viele kleine. Das ist immer diese Stelle, in der ich's gut finde, dass Taubes hier auch einen Normaltyp hat. Das macht nämlich Kampfattacken auf das Ding, nämlich neutral. Taubburger. Die kritten heute schon wieder so oft. Äh. Es ist zumindest nicht ganz so schlimm wie in der letzten Aufnahme. Da war ja nur noch krit, 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 krit. Nachhinein eigentlich ein Wunder, dass mir nicht mehr verreckt ist. Und die Ibiza-Karao noch. Hier hinten waren wir da schon, oder noch nicht? Ich, ich kann ja nicht so machen, nicht. Hier war nix. Ein Tipp für Trainerschild. Schönheit Lola. Das schon längst ein Radikal sein könnte. Ein Pika. Jede Wette, dass ich mir da jetzt ne Statik einfange. Oh. Oder? Oder? Kommt doch nicht? Nee, kommt doch nicht. Okay. Normalerweise krieg ich immer die Statik, wenn ich da auf sowas drauf hau. Ich weiß, dass es in dem Gras da oben etwas gibt, was ich fangen kann. Aber ich bitte ehrlich sein, ich hole mir hier lieber was aus dem Wasser. Ich weiß nämlich, dass ich da oben noch nen Ditto fangen könnte. Picknicker Yankar. Picknicker Yankar. Level 24 Taubsee. Den krieg ich doch sogar mit ner Stärke kaputtgekloppt. Ich weiß nicht. Dann kann ich, boah, da muss ich noch was machen. Puhh. lauter schwache pokémon hat die hier 24 fight credit hier alles weg und da kommt wieder das obligatorische pikachu mal schauen ob wir diesmal die paare von der statik kriegen ja diesmal da bleiben jetzt aber trotzdem drin herzlichen glückwunsch du hast wahrscheinlich die einzige attacke in einem gesamten set die nicht effektiv ist sonst ich krieg die doppelte parahexie endlich kommen wir mal durch habe ich zufällig ein paar heiler dabei ich habe noch drei stück das ist noch alles hier ich muss mir hier ein bisschen was auffüllen ja gut da sind es jetzt erst 22 das geht noch hier sind es 21 das lassen wir mal noch so wenn es ernster wird das ist doch auch wieder ein vogelfinger oder vogelfinger eilma mit einem taub sie also ich weiß nicht was feit heute hat aber der credit die ganze zeit nur noch rum das ist halt eine feldkugel ja dann darf das war die jetzt mal wieder ran hm Okay. Picknicker Kirsten. In Goldini. 666 Erfahrungspunkte hat das jetzt gegeben. Wow. Dieses Goldini war des Teufels. Der Antichrist. Der Antichrist mit der Pornostimme. Sepa, ja, auch wenn das ein Level-Opfer-Fight wird, aber Sepa will ich jetzt lieber mit Birki machen. Der kann das nämlich besser. Oh, ein Sepa. Einmal weil, man kann es einfach mal wissen, Sepa hat eine relativ gute Dev und eine ziemlich bescheidene Spätz-Dev. Da haut man immer lieber speziell drauf. Das heißt, was mir gerade eingefallen ist. Hm. Was denn? Ich habe die Folge noch gar nicht hochgeladen. Ja. Heute ist Sonntag. Ja, es war ein bisschen... Ja, bei meinem Bruder das ist ein bisschen durcheinander hier. Also nicht durcheinander, nein, im Sinne von, dass du es hier durcheinander hält, sondern... Äh... Egal. Oh nein, ich habe den wieder erwischt. Äh... Der Carpador-Angler. Carpador. Das reicht aber trotzdem für ein Level-Up. Und noch ein Carpador. Carpador. Ich bin nicht wirklich gewillt, hier großartig AP für sowas zu verschwenden. Ach, verdammt. Hm? Ich kann noch nicht mal hochladen. Ich habe meine Festplatte nicht hier. Ja, macht ja nix. Kannst du es auch am Montag machen, am Montag kommt gerade auch nix. Ach, Gott. Danke, ey. Ich bin hier total verpennt. So, langsam kommen Veit und Dirk hier auch wieder hinterher mit dem ganzen... ...Level nun so. Ein männliches Nidoran. So, die Wetten laufen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vergiftet werde, wenn ich ihn angreife? Na gut, das sind 30%. Äh, die Wetten laufen. Oh, das ist nicht passiert. Aber dafür jetzt bei diesem Nidorino. Oh, na tappeln. Hm. Hat der noch 34 KP oder mehr? Wieso? Weil dann ein Geowurf ausreicht, wenn er weniger hat. Geowurf macht aktuell genau 34 KP Schaden. Okay. Okay. Und da ist jetzt Licht. Ja. Habe ich noch Gegengift dabei? Peter. Ja. Ich habe noch mal ein guter Bar Papier und der ist eben zurück. Eisen. Nee. Das ist... Ah, das ist der Elektriker jetzt. Elektriker und Vogelfänger haben ja hier denselben Sprite. Ah, nee. Das ist gar ein Rocker. Okay. Egal. Hat beides Elektro-Pokémon. So. Nachdem wir jetzt Giftern und Statik schon mal hatten. Hier kommt die nächste Statikquelle. Ui, das hat nicht mehr ausgereicht. Das macht 20 Schaden. Oh. Das war eine Premiere. Das war jetzt eine Premiere. Das ist das erste Mal, dass er mit der Attacke daneben gehauen hat. Und das... äh... Wurde eigentlich auch langsam mal Zeit. Echt? Ich mein... Felscrab hat in Gen... 3 bis 5 eine Trefferquote von 80%. Und mich hat es eh schon gewundert, dass der mit dem Ding noch nie daneben gehauen hat. Bis jetzt. So. Jetzt haben wir einen Elektro-Ball. Ja. 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 Abkennung. Ja. Und da gibt's ein Level Up für dich. Ja. 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 Und da gibt's ein Level Up für dich. Ja. Ja. so jetzt darf ich mir erst mal ein paar neue pokémon angeln ein paar ja jede rote 1 und der früte 12 habe ich noch keins so dann schauen wir mal was wir hier kriegen Krabi Krabi das Ding hat schon über 15 er hat schon über 34 Kp wenn ich mich jetzt nicht täusche das sollte ich mich nicht umbringen dann haben wir es jetzt wenigstens leicht mit Fangen da reicht eigentlich ein Pokéball für so jetzt brauchen wir einen Spitznamen für den kleinen das waren Männchen, ne? ja, ja äh, wen hatte ich denn noch nicht ähm ach, ich nenne ihn einfach Dante dann haben wir noch jemanden aus der Gilde Dante, das Krabi hm dass irgendwann mal zu einem Kieler werden kann ja kann schon passieren aber jetzt weiß ich auch wenigstens genau wie viel Kp dieses Krabi hat das hatte nämlich ziemlich genau 35 ok hm hm das hat ja ziemlich gut gehabt ja, aber Level 15 hat normalerweise schon rund um die 40 Kp hm hier gibt's auch nix ne hier auf gute 13 darf ich auch noch eins fangen aber da beißt grad nix an da haben wir was schon wieder n Krabi hab ich schon da haben wir was ja das ist Route 12 äh kann ja sein, dass ich noch sowas wie ein Sepa oder so kriege bin mir jetzt nicht sicher was es in äh, was da editionsspezifisch von Feuerlo- feuerrotem Blattgrün und anders ist zur Not äh oh, das Ding ist Level 32 zur Not könnte ich auch die normale Angel auspacken und äh versuchen ähm ein Karpador noch zu holen Gen 3 Skadadass zwar jetzt auch nicht unbedingt das beste Pokémon aber mhm ich glaub hier wisch ich nur probieren wir's mal mit der Profi Angel vielleicht haben wir dann mehr Glück da könnte ein paar andere Pokémon kommen ja ja schon wieder ein Krabi komm schon ich will noch ein schönes Pokémon hier haben weißt grad nix an ne ich angle hier wirklich nur Krabis so ähnlich sah übrigens die dritte oder vierte Folge vom Stardust Valley aus auch am mangeln ok hier gibt's tatsächlich nur Krabis oder? ja gerade an und an das ist eine gute Möglichkeit Geld zu verdienen ich probier's jetzt doch nochmal mit der hier innen innen nur Krabis Mr. Krabs Mr. Krabs Mr. Krabs Mr. Krabs na gut dann versuch ich das irgendwann anders nochmal bye 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 bye